schlafe kindlein schlaf der vater hüt die schaf die mutter schüttels bäumelein da fällt herab ein träumelein schlaf kindlein schlaf in dieser geführten meditation helfe ich dir dabei einzuschlafen ich helfe dir dabei problemlos und sanft einzuschlafen ohne dich wie schon so oft dabei anzustrengen ich helfe dir dabei in einen tiefen erholsamen schlaf abzudriften zunächst einmal schließe die vorhänge und dann leg dich auf dein bett oder in dein bett hinein und schließe die augen und mach es dir bequem jetzt liegst du gemütlich und warm und sicher und gut aufgehoben in deinem bett und ab jetzt erlaubst du der stelle in deinem schlafzimmer einzuziehen und du erlaubst einem träumelein herein zu fallen alle geräusche die von außen hereindringen werden auf einmal unwichtig und leise versuche jetzt bitte einmal dich auf die stille zwischen den geräuschen zu konzentrieren und diese stille die breitet sich jetzt ohne dein zutun ganz allmählich in deinem schlafzimmer aus jetzt achte bitte achte auch auf die stille zwischen meinen worten gleich wirst du alle belastenden gedanken sorgen die dich quälen und wach halten und auch deine ängste mit denen du dich herumquälst einfach wegschicken heute schickst du sie einfach mal fort aus deinem kopf heraus schließlich ist morgen auch noch ein tag morgen kannst du dich mit all diesen dingen wieder beschäftigen es muss nicht heute sein heute ist alles anders die heutige nacht ist anders als die von gestern und vorgestern ja du machst alles richtig du hast es dir so gemütlich wie möglich gemacht wird jetzt nimm bitte einen tiefen atemzug und beim ausatmen bemerkst du dass eine portion stress dein körper verlässt mit jedem ausatmen löst sich eine weitere schicht deiner negativen belastenden gedanken du atmest stille stille und frieden ein und stress und negative belastende gedanken die atme bitte wieder aus eine welle nach der anderen rollt über dich und du spürst ganz deutlich wie gedanken und sorgen aus dir herausgerollt werden bitte denk jetzt nicht daran schlafen zu wollen nein lauf dem schlaf jetzt nicht hinterher vertraue darauf dass er heute zu dir kommt von ganz allein stell dir vor dass dein schlaf wie ein hund ist dem du hinterher läufst um ihn wieder an die leine zu nehmen aber er ist schneller er ist schneller versuche es gar nicht erst stattdessen bleibt stehen und schaut er die wundervolle landschaft an die dich umgibt und da siehst du er dein hund kommt von ganz alleine zu dir zurück und so kannst du ihn wieder an die leine legen und je mehr und je öfter du das tust je mehr du dich nicht um ihn kümmerst umso einfacher wird es vertraue vertraue dass in dieser nacht schlaf zu dir kommt all dein angesammelter frust und stress alle sorgen alle anspannung der letzten tage und wochen all das verdunstet all das löst sich auf mit jedem atemzug atme tief ein und tief mit einem seufzer wieder aus und dabei lass los erlaube dem schlaf zu dir zu kommen lass dich liebevoll und sanft von ihm umarmen du fühlst dass der tag du fühlst dass der tag sich dem ende neigt und du fühlst dass es kühler wird du fühlst dass es kühler wird weil die sonne langsam am horizont untergeht siehst du das wie sie sinkt tiefer und tiefer in einem wunderschönen orange sie sinkt bis tief unter den horizont und jetzt fühlst du dass der mond seinen platz am himmel einnimmt du spürst seine kühle energie und diese kühle energie beruhigt dein körper und dein geist und deine seele und vielleicht vielleicht während du mir zuhörst bemerkst du dass da immer noch gedanken sind die von dir wahrgenommen werden wollen und du schiebst die jetzt bitte ganz einfach an die seite weil du in deinem geist überhaupt keinen platz mehr für sie hast weil wir werden jetzt dein körper und deinen geist mit schlaf füllen fühle wie deine stirn sich glättet weil du das gewicht deiner schweren gedanken und deiner sorgen loslässt deine stirn wird weich alle muskeln in deinem gesicht und in deinem unterkiefer sind so weich wie ausgedehnte gummi bände der stress verlässt deinen kiefer und du atmest weiterhin alle besorgnis und alle bedenken mit einem kleinen seufzer wieder aus deine nacken muskeln sind weich und entspannt deine schultern sind entspannt und von allem gewicht befreit wo du früher enge und verspannung gespürt hast da fühlst du dich jetzt freier und leichter streiche jetzt bitte gedanklich über deine arme und gib auch ihnen die erlaubnis zu entspannen deine hände jeder noch so kleine muskel in deinen händen ist entspannt lass das gewicht des tages los lass das gewicht aus deinen händen fallen öffne deine hände öffne sie und jetzt kannst du auch die energie in deinen handflächen fühlen fühlen deine hände hinein wie fühlt sich die lebensenergie in deinen handflächen an spürst du druck oder wärme was fühlst du du bist so entspannt wie nie zuvor und du fühlst dass du tiefer und tiefer in einen sanften schlaf hinein driftest die entspannung dehnt sich mehr und mehr aus in deinem ganzen körper die entspannungswelle erreicht deinen brustkorb deinen bauch im bauchbereich dein becken deine beine alles entspannt sich alles dehnt sich aus alle muskeln in deinem gesamten körper alles ist weich alles ist so weich wie dein kuscheliges bett lass los lass den schlaf zu dir kommen lass dich driften tiefer und tiefer du machst jetzt alles richtig und bevor du dich ganz fallen lässt schau in dein herz hinein schau nach ob du da vielleicht traurigkeit oder irgendwelche belastungen erkennen kannst und erlaube auch diesen dingen zu verblassen schau zu traurigkeit oder belastungen alles verblasst und jetzt mach bitte eine faust mit beiden händen drück deine finger ganz fest zusammen und dann öffne sie wieder mit einem seufzer der erleichterung und siehe da die traurigkeit die du noch eben im herzen gespürt hast ist aus deinem herzen verschwunden und das gewicht welches noch eben auf deiner brust lag ist verschwunden das atmen erscheint dir jetzt ganz leicht und es fühlt sich so gut an so frei so frei zu atmen und du erinnerst dich daran wie schön es ist mit totaler leichtigkeit zu atmen ganz ohne gewicht ganz ohne gewicht mit einem weiten freien brustkorb und auch deine wirbelsäule verspürt diese leichtigkeit jeder wirbel jeder einer nach dem anderen atmet auf und sinkt voller leichtigkeit tief ins bett in die matratze hinein so schön so befreit voller leichtigkeit von oben bis unten wirbel für wirbel und dein rücken der sich eben noch verkrampft und steif angefühlt hat der fühlt sich jetzt locker und weich ganz weich an und jetzt sinkst du noch tiefer in dein bett hinein noch tiefer und tiefer dein becken deine beine deine füße alle muskeln sind weich und dein körper liegt ganz schwer auf dem bett und er fühlt sich schwer und gleichzeitig leichter nun fühle bitte auch die kontaktpunkte die dein körper mit der unterlage hat und alle wehwehchen alle wehwehchen des tages verblassen sie verschwinden aus deinem kopf alle spannungen aller stress und alle ängste haben jetzt deinen kopf verlassen und jetzt erlaubst du dem schlaf nachzugeben mit jedem ausatmen driftest du tiefer und tiefer und deine innere weisheit die weiß dass du schlafen darfst du hast alles alles was es zu bedenken gab erledigt und jetzt kannst du dich sogar noch ein bisschen tiefer fallen lassen ich zähle jetzt von 5 bis 1 und wenn ich bei 1 angekommen bin dann wirst du in einem wundervollen tiefen schlaf gefallen sein und dann kannst du zu träumen beginnen und hier an diesem ort da geschieht heilung heilung von körper geist und seele hier leben frieden und harmonie und stille und liebe hier an diesem ort ganz tief in dir drin kannst du auftanken und dir kraft holen für morgen für den morgigen tag 5 4 3 2 und 1 jetzt bist du angekommen gute nacht schlaf kindlein schlaf namaste 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 8 9 6 7 7 8 7 8 9 10 10 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 15 15 15 20 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020